hey leute es ist montagabend und ich bin hochmotiviert in dieser woche die rocket monatsmission zu erreichen letzte woche hatte ich so ein bisschen halbseitenden versuch gestartet aber nach drei serien wo nichts dabei war hatte ich dann auch wieder aufgehört diese woche soll es besser werden habe auch gleich schon eine 750 punkte liste gespielt die war aber gar nicht so spektakulär da waren einfach ein paar fette granks dabei jetzt zeige ich euch hier nach kommentiert die serie die ich um 1945 gespielt habe da waren ein paar ganz interessante partien vor allen dingen reizung auch dabei und ja wir sehen es hier gleich im ersten spiel das ding nimmt natürlich gerne bei passe passe aber beim rocket kriegst es natürlich selten für so wenig bei 27 sagen wir mal kann man sicher auch noch seriös mitgeben ab dann wird es immer heißer denn die gefahr besteht natürlich realistisch sich hier auch zu überkaufen und so richtig komplett ist das spiel andererseits auch noch wieder nicht also üblicherweise wäre ich wohl bei 27 spätestens ausgestiegen aber hier im rocket gehst du eben hohes risiko da bin war ich bereit erst auf 45 zu passen nennt mich konservativ andere reizen vielleicht sogar das ding noch als karo hand aber so verrückt will ich es dann hier im ersten spiel doch noch nicht treiben ja gucken wir was passiert mittelhand nimmt auf braucht ein bisschen tauft einen kranken wir hoffen mal dass er irgendwie nur den wenzel stürzer hat mit zwei bauern dass unser partner zwei bauern dagegen hat ich denke karo zehn kann man schon investieren lief auch gut durch jetzt auf karo könig wechseln so mal gucken was mein partner hat je nachdem ob ein ass schmiert oder eben nicht kann man auch schon dann sehen ob er die bauern hat also wenn er kein ass schmiert hat er vielleicht zwei bauern und da geht jetzt schon plötzlich die karte auf überraschend hätte eigentlich direkt schon zeigen können wo ich karo könig gespielt habe ja das war dann also nichts für uns ich habe nach der serie reingeguckt ach da habe ich auch geguckt herz bauer hat er tatsächlich gefunden also hat wirklich den wenzel stürzer gereizt mit den beiden alten und fünf mal kreuz von oben aber den musst du hier ja einfach reizen er macht auch nicht das kreuz handspiel hätte noch das kreuz handspiel machen können den sieben trümpfer mit drei abgabestichen aber guckt einfach rein findet den herz bauern so wird es halt gespielt so funktioniert das ein bisschen gott vertrauen muss man ja haben und hier ist gleich die nächste hohe reizung diesmal bin ich nicht beteiligt aber bis 33 da bin ich natürlich interessiert was jetzt passiert die pick habe ich die zehn wenn mein partner pick gereizt hat dunkle farbe kreuz habe ich stark also in der roten farbe hat er vielleicht auch irgendwie ein problem sich überkauft zu haben vielleicht muss er jetzt schon wieder in gang machen muss er oder kann er und er spielt den gang ja und das heißt doch zwei buben bei meinem partner mindestens bei der 33 reizung ich kann wunderschön das kreuz ass hier anzeigen die blanke zehn auch gerettet ja und jetzt kommt eben noch nicht mal der abzug des buben da kriegt man gleich natürlich so ein bisschen sorge hat mein partner wirklich auch noch den karo buben oder hat er ihn einfach nicht abgezogen deswegen mache ich jetzt hier gehe ich auch erst noch mal so ein bisschen klein ins geschäft aber jetzt sieht man doch an den abwürfen das spieler drei wirklich gar keinen buben mehr hat und ja jetzt machen wir den sack schon zu mit diesem abstich hier so und mein partner hat den peak gereizt aber so richtig stark in peak ist er nicht jetzt hat spieler drei hier glaube ich gerade einen fehler gemacht er hat jetzt noch eine peak lusche hochgespielt hat vielleicht vergessen dass er selber peak könig gedrückt hat hat übrigens herz bube sogar gefunden also da kann man ja nicht sagen dass der man schlecht findet noch einmal bei 45er reizung den herz buben zum krang mit rein und auch jetzt sollte der ihm eigentlich ganz gut in den kram gepasst haben allerdings gegen ja gegen die drei bauern in der hand und ja wo er es nicht mal mit der peak 10 versucht hat also die peak 10 er nicht mal eingesammelt hat die blank stand ist er jetzt sogar schneider geblieben also ja was hat er dann noch wie gesagt herz als 10 also wenn er über die dörfer geht kommt da jedenfalls definitiv weiter so viel muss man sagen ja und da weißt du auch gleich dass du hier wieder in der action bis in der showtime bis im rocket format habe ich heute schon einige interessante reizung und partien gesehen wie gesagt manchmal hat man das gefühl die anderen gönnen einem dann auch nicht das schwarze unter dem fingernagel aber nun gut da muss dann jeder durch das liegt so ein bisschen in der natur der sache wenn man es einfach mit besonnen gemüt nimmt dann wird es viel leichter so da gehen wir rauf 14 augen sowie setzen wir das ding fort ja langer wie ich kurze farbe irgendwie was für ein spiel schlagen wir denn jetzt überhaupt bei 18 ich bin tatsächlich auf die verwegene idee gekommen hier direkt mal karo 10 raus zu pusten nach dem motto 6 3 1 das übliche vielleicht ein drilling kreuz und dann blanker karo und erst bei unserem partner das hat er schon mal hingehauen und wenn er halt den drilling in karo hat erst zu dritt oder so dann steht ja ohnehin 2 2 dann ist das ist da auch nichts los so jetzt haben wir 16 30 jetzt ja irgendwie geschmeidiger vortrag von meinem partner also karo war ja ein griff griff ins klo aber wenn er keinen karo hat muss er ja was anderes haben so wenn es der sechstrümpfer ist hat er immer noch zwei fehlkarten das kann jetzt noch die bestellte herzen sein und es ist nur der sechstrümpfer mein partner spielt ihn jetzt ein gut der wird doch das kreuz erst nicht blank gezogen haben nein sieht nicht so aus naja dann müssen wir wohl hier mal nach dem rechten schauen kreuz sehen sie gut aus und wusch da ist es schon wieder passiert trotz karo 21 abstich nicht mal 50 augen bekommen also hier ist was los am tisch hier ist was los ein richtig schönes gemetzel so und jetzt denke ich mir doch nach drei spielen müssten die anderen eigentlich ja schon so ein bisschen abgekocht sein und ich stehe hier mit den fünf vollen reizt mein herz ohne sechs es wird aber auch rasant gereizt herz ohne sechs man kann auch auf rang ohne vier gehen also sowas wie herz könig karo 10 14 drücken pick ass 10 ziehen mit der dame 38 die beiden asse 60 also 60 schon fast automatisch ähm du kannst natürlich in pik auch mal den könig bekommen du kannst in karo den könig bekommen äh vielleicht findest auch kreuz luschen und kriegst in kreuz ein bild also es gibt natürlich viele möglichkeiten hier sowohl den krang als auch den herz irgendwie zu gewinnen ähm so gesehen lasse ich mich da auch erstmal nicht ins boxhorn jagen weil ich natürlich auch mitbekommen habe dass die wirklich auch keine schmerzen kennen hier die lieben mitspieler und naja gut jetzt irgendwo irgendwo vielleicht auch ein bisschen spät habe ich dann doch gesagt banane das ist vielleicht nichts ähm gucken wir uns also in krank hand an ja und hier an der stelle sehen wir schon ich weiß nicht ob mein spiel so gut gelaufen wäre karo ass jedenfalls läuft schon mal von haus aus nicht dann bin ich jetzt mal gespannt was das wohl für ein krank hand ist ich gehe mal von aus der ist vielleicht gezwungen deswegen haue ich hier rein also wenn er mit zweien hätte so stark wie meine bei karte ist hätte ich doch gedacht dass er reinguckt da habe ich also schon mal richtig spekuliert spekuliert und jetzt musste er natürlich fehlkarten ohne ende haben also gut die drei unter jungs kein stück karo er kann natürlich vier herzen haben dann hat er immer noch drei dunkle in der hand oder wenn er nur drei herz hat oder so ich mein herz als zehn muss ich mir nur mindestens noch zutrauen dann hat er vier dunkle karten in der hand also bevor ich ihm da irgendwie was hochspiel bevor ich ihm im peak irgendwas etablier greife ich noch mal ins karo rein hier an der stelle sehe ich ja auch jetzt zwei karo sind im stock also karo könig lusch hätte ich gefunden dann hätte ich natürlich einen schönen karo ohne vieren gehabt ich hätte auch mit 21 karo gedrückt irgendwie den den herz versuchen können gut aber wie gesagt ich bin hier offenbar nicht reingekommen so und jetzt zeigt sich hatte genau zwei peak herz erst kommt und herz acht noch bei meinem partner und das zeigt natürlich definitiv dass nur drei herz hat und also jetzt auch noch zwei kreuz dabei haben muss und hier ist eigentlich ganz interessant mit herz zehn ist das spiel verloren das ist klar weil wir schon wissen was drin liegt also wir haben jetzt gleich rest und kreuz zehn ist unterwegs wenn der spieler jetzt an der stelle wirklich den super unkonventionellen zug spielt mit der kreuz lusche aus der einfach bestellten kreuz zehn dann gewinnt er die partie ich komme mit dem ass ran kann noch einen karo zwischenzug machen und er bekommt die kreuz zehn nach hause und mein herzkönig natürlich auch es war natürlich schwer zu sehen aber ja gut der vortrag war dennoch jetzt so ein bisschen ideenlos sagen wir mal hinten raus so jetzt bin ich dran jetzt bin ich dran drei asse eine zehn zwei bauern vier augen drücken wir haben eine 18 aus mittelhand kann natürlich sein dass da jetzt auch einer irgendwie plötzlich eingeschnappt ist nach den verlorenen spielen und den hohen reizung das weiß man nie so genau aber naja der hat den einfachen plan bauern verteilt die 18 reizung lässt für den moment auch das für gut möglich erscheinen so ist es auch schon ist drin der fisch hier jetzt noch die drei vollen ziehen das reicht dann schon schneider varianten oder pläne haben wir hier im weitesten sinne nicht dafür ist die nummer dann doch zu hohl und zu viele abgabestiche ja und guckt euch das mal an du es waren teure spiele und wir sind völlig ungeschoren aus der nummer rausgekommen jetzt springt doch hier der motor an jetzt muss er doch eigentlich anspringen und da haben wir wirklich einen sehr schönen ansatz wir kriegen wieder reizung wir kriegen gegenwind also spieler drei zahlt ist mir hier auch mit gleicher münze heim sind wir an sich aus der komfortzone raus ich meine ich muss ihn reizen aber 36 ist natürlich die komfortzone wo wir zum karo mit rein easy machen können jetzt das ding aus der hand aber mit kreuz 10 bestellten herz können machen wir natürlich auch nicht so gerne aus dem wollen wir an sich können wir aber immer noch bei 44 gut zum krank finden karo rein oder zum kreuz ja also es ist der kreuz drin ich denke es ist solide und vernünftig gegen diese reizung jetzt hier den kreuz zu spielen in mittelhand beim kranken man weiß schon gleich wie man den drücken soll ob man da 20 augen runter packt oder doch 14 wenn karo zu dritt steht katastrophe absticht droht auch noch also der kreuz sieht natürlich viel besser aus so gucken wir ob unglück im trumpf steht droht nein ist nicht der fall alles easy und wir den letzten trumpf erster karo fliegt deutet daraufhin natürlich das karo 10 bestellt bei spieler 1 ist da machen sie genau einen stich ein kleiner nepp zwischenzug hier noch aber wieso sollte jetzt spieler 1 karo lusche wegschmeißen wo sein partner schon den karo könig getrennt hat so und da stehen wir bei 350 beispiel sechs also wenn es so weitergeht wird es eine großartige liste und ja waren wir natürlich auch ein bisschen begünstigt dass wir die eine oder andere partie tatsächlich nicht bekommen haben so und weiter geht die wilde fahrt so lange wie ich kurze farbe könnte man sagen pick us aber jetzt pick us aus us lusche spiele ich wirklich so ungern so oft spielt man dem da irgendwie gefühlt eine 10 hoch ich denke man kann dann auch hier mal in den drilling herz eingreifen also das heißt ich denke man kann offensichtlich tue ich zumindest herz dame hier die wahl nimmt schnell raus ok so mein partner bringt kein herz hinterher wahrscheinlich hat er kein mehr ist eine naheliegende erklärung wird gestützt dadurch dass wir die stechfarbe gefunden haben also wahrscheinlich zwei piek gedrückt oder so ne ganz normal jetzt müssen wir mal gucken beim sechstrümpfer hat er nur eine kreuz sondern fünf trümpfer ist dann hat er vielleicht dann hat er neben den drei herzen die ich mir zutrauen noch zwei kreuz und das sieht auch gut aus auch dass mein partner sich einmal du so oder so kann ich gleich pick us rein legen ich gehe einfach davon aus dass mein partner den kreuz buben hat so und jetzt gucken wir mal ja es ist auch nur der fünf trümpfer ja der stelle übrigens mit kreuz buben abzug gar nicht in dem sinne optimum weil er dadurch herz 10 nicht stechen kann kreuz 10 haben hätten wir sowieso bekommen aber wir kommen hier genau jetzt auf 60 raus hat ihn abgezogen weil er danach beide piekstiche hinziehen konnte piek 10 gedrückt aber zum glück nicht piek 10 und dame oder so oder 10 und könig sondern beide bilder noch bei meinem partner sonst hätte man dem jetzt den vorwurf machen müssen dass er tatsächlich den letzten trumpf zieht denn kreuz 10 kriege ich hinten eben sowieso nach hause gegen aslusche und durch den bauern abzug war das der absticht des der herz 10 nicht mehr möglich aber wieder hat es eingeschlagen also eine schöne metzelliste hier und jetzt guckt euch das mal an ist das nicht herrlich ist das nicht herrlich gut die findung war jetzt nichts den krank machen wir glaube ich trotzdem wir sind im rocket keine reizung wie gesagt kann auch sein dass da jetzt jemand eingeschnappt ist ja ich habe mich ein bisschen schwer getan mit dem drücken karo 10 unten karo 10 oben oder dann auch von diesen damen da was runter lassen wenn herz oder piek rauskommt eigentlich die größte gefahrs natürlich das kreuz rauskommt aber du kannst natürlich auch mit herzdame piekdame irgendwie stiche machen und noch zwischenzug in der hand haben je nach spielverlauf deswegen habe ich also karo dame gedrückt und da kommt das karo astel sieht doch gut aus das sieht doch so gut aus karo könig rein okay 15 karo sitzt schön 2 2 alles artig buben stehen auch 1 1 also bisher sieht alles nach einem ganzartigen stand aus so gesehen kann man jetzt bei 15 augen natürlich einfach mal eine farbe von unten greifen auf 22 wenn man bei 2 2 dann wieder zurückgespielt wird kann man die andere sogar auch noch von unten greifen wenn alles 2 2 steht macht es halt auch nichts kommt her zurück super und da kommt pick abwurf und das ging so schnell dass ich gedacht habe jetzt guckt euch das an obwohl am anfang die farbe so glatt stand stellt sich raus dass tatsächlich jetzt sowohl herzkönig zu dritt stand als auch pikönig zu dritt stand und spieler 1 in mittelhand dafür irgendwie neben seinem einbauer noch fünfmal kreuz von oben hatte das heißt an der stelle sind sie jetzt natürlich rausgekommen und man kann sehen spieler 1 ist jetzt der hat jetzt doch genug gesehen fünferlänge kreuz mit aszen und ein bauern das hat ihn jetzt nicht mehr motiviert 18 zu sagen spieler drei dagegen ist noch willig und ja an der stelle muss ich jetzt vielleicht auch sagen bei meinem punktestand muss man diese lerche hier vielleicht jetzt nicht mehr reizen und natürlich habe ich mir es hinterher auch angeschaut spieler drei hat jetzt zwei piken gefunden damit hätte ich dann wahrscheinlich auch den peak gespielt wäre schön in seine fünftrumpf gelaufen denn jetzt hat er sieben trumpf und karo ist auch noch frei also mit anderen worten wenn ich dann auf die idee kommen da wirklich den peak zu spielen hätte ich überhaupt keine chance gehabt vielleicht hätte ich den null mit blanker herzen neun gespielt aber eigentlich ist der pick dafür dann wieder zu stark fünf trümpfe als viert blankes ass deswegen war ich kann ich an der stelle also froh sein dass spieler drei hier auch mit einer fragwürdigen karte noch interesse gezeigt hat und ja 514 drei spiele noch geht da noch was und was geht da ja und jetzt ist spieler eins natürlich wieder dabei ist es anders bei passe passe glaube ich komme ich an dem ding nicht vorbei und wenn ich ein bisschen schlechter steht 200 punkte weniger dann werde ich den auch mal mindestens auf kreuz reizen aber jetzt schon mit über 500 und der spieler der bei minus 350 steht hat interesse aus welchen gründen auch immer da bin ich dann irgendwie doch aus der nummer direkt wieder ausgestiegen ja interessante frage mitnehmen oder beschweren es spricht doch einiges dafür als zwei trümpfe als eher trümpfkurzer das ding mitzunehmen ja und dann fällt piekbuke von meinem partner das ist natürlich nicht so eine gute nachricht muss man sagen wenn man ganz ehrlich ist steht da jetzt schon der sieben trümpfer drauf dass mein partner dann auch jetzt nicht das herz ast nicht zwischen zieht natürlich jetzt auch schade ist auf zehn augen die herz lusche losgeworden aber mein partner kann natürlich nicht wissen dass ich hier noch herzen könig hat an der stelle wenn wir ehrlich sind jetzt in den tiefschnitt zu gehen das war natürlich sehr optimistisch im sinne eines noch möglichen sieges hätte mein partner dann ja wirklich noch zwei trümpfe haben müssen also es hätte dann wissens der sechs trümpfer mit dem kreuz training sein dürfen vielleicht hätte mein partner auch noch ja kreuz ass haben können also im siegssinne war sicher korrekt aber realistisch wo piekbuke mitgenommen wurde stand der sieben trümpfer schon drauf da war das also dann ein bisschen naja vielleicht überkandidat aber anyway wenn hier jemand anders noch einen schneider mitnimmt das ist glaube ich hier nicht ein thema so das ist nichts müssen weiter auf der lauer sitzen und aufs letzte spiel warten immerhin mein partner wieder 18 gesagt vielleicht geht noch was naja beim peak haben wir natürlich ehrlicherweise nicht richtig viel hoffnung 13 augen okay das sieht erstmal gut aus direkt fehlfarbe identifiziert und ein abwurf okay karo kam schnell der abwurf also kein kreuzblanker karo und es ist ein fünftrümpfer das hat er vier herzen noch dabei und die trümpffolge sieht bisher so ein bisschen danach aus dann muss er jetzt dass er jetzt abschmeißt deutet auch wirklich darauf hin dass er wirklich den fünftrümpfer nur hat sonst beim sechstrümpfer mit dem herz drilling macht das jetzt an der stelle an sich kein sinn ist da wird er nur abschmeißen wenn das herz ass nicht hat dann werden wir auch jetzt immer noch gewinnen sondern jetzt was machte mein partner jetzt kann kreuz nochmal spielen am besten einfach klein karo komme ich mit dem könig wieder ran kann ich wieder kreuz bringen und spieler drei wenn das wirklich also der fünftrümpfer ist und ihm vielleicht sogar noch der zuchtbube fehlt was ja aufgrund der 18 reizung von meinem partner nicht unwahrscheinlich ist dann kommt da hier wirklich eine trumpfkürze ja wenn er irgendwie sticht und bauer noch mal trumpf rausspielt dann kommt mein partner an der nur ein herz hat das heißt dann kann ich die herzen irgendwo auf dem letzten karo oder kreuz auch noch verladen also eigentlich würde ich sagen sehr optimistisch an der stelle nur warum überlegt mein partner jetzt hier seit zehn minuten gefühlt was denn da los der wird doch nicht irgendwelche auf irgendwelche komischen ideen kommen was hat was macht er denn jetzt der allein spieler hat kein kreuz der allein spieler hatte einen karo ich meine wir haben 39 habe schon überlegt ob ob mein partner jetzt sogar noch herz ass hat aber das kann ja überhaupt nicht sein und es ist der fünftrümpfer und er hat jetzt den blanken herz rausgespielt jetzt hat er eben jetzt hat er ist dann noch ein trumpf und die beiden herzen legendär muss man sagen und es wird an sich noch legendärer du denkst natürlich irgendwie dass wenigstens karo 10 im keller war aber nein guckt euch das an karo 10 mein partner hatte kreuz bube und zweimal ass 10 in der hand sowohl in kreuz als auch in karo pikas auch noch also dass er da nur 18 reiz war also jetzt schon wirklich komplett eingeschnappt und spieler drei hatte wirklich ein extrem schlechtes spiel in der hand dass der in diesem spot überhaupt noch in diese karte rein geht an sich auch ein wunder weil der kann ja sowieso nichts mehr werden aber dabei jetzt wirklich mal kurz am überlegen ob vielleicht spieler eins schon taktisch gespielt hat nach dem motto bloß nicht noch 40 punkte für spieler zwei also für mich und damit mit absicht dieser herz lusche jetzt spielt keine ahnung eigentlich hatte ich bisher nicht den eindruck dass er so drauf war aber ist ihm vielleicht einfach irgendwie der faden gerissen schon ein bisschen ärgerlich weil diese wenn du hier so eine 500 hast dann bist du sicher da die liste willst mit in die wertung nehmen aber das sind diese 40 punkte einfach schon sehr sehr wertvoll wenn das richtung 600 punkte geht oder 550 das macht schon was her so jetzt haben wir natürlich hier bei 18 noch eine ziemlich hoffnungslose karte gut zwei bauern dagegen aber sonst bildersalat okay allein für wirft erstmal karo 8 ab ich hatte extra noch nicht beschwert weil ich mir schon dachte dass es dass es die stechfarbe sein könnte da guck mal das war jetzt aber schnell von meinem partner die kreuz 10 also gut ist natürlich an aufgrund pik könig pik dame leicht zu identifizieren aber jetzt wo der allein später die karo lusche abschmeißt durchaus vorstellbar dass er wieder nur zwei farben hat zwei bauern pik ass zu viert kreuz als lusche und jetzt die karo lusche abgeworfen hat und jawohl so ist es einfach nur jetzt schnippeln karo ass hinterher von meinem partner meinetwegen mitnehmen und karo zurück mit dem karo könig langt ist für uns also da haben wir noch mal unverhofft muss man sagen hier die 40 punkte eingesammelt hören auf mit 554 naja ich denke ihr stimmt mir zu dass es eine lustige und interessante liste war ich habe gar nicht so wahnsinnig viele spielanteile aber die waren immerhin ordentliche spiele muss man alles sagen die anderen in der summe vier zu fünf gespielt schönes gemetzel 554 punkte am ende des tages bin ich in dieser konkreten turnierwertung damit nur zehnter geworden war wurde hochgespielt aber das ist auch nicht das thema darum ging es ja in dem sinne gar nicht sondern für einen um ein schönes ergebnis für die rocket monats mission oder für die rocket wochen wertung um sich für die monats mission zu qualifizieren und da würde ich sagen liege ich jetzt nach vier serien mit zwei guten ergebnissen 750 und dieser 550 schon sehr gut im soll ja also rocket wochen guckt euch das an wird wieder super angenommen großer spaß große gaudi wenn man der sache ein bisschen wohlwollend aufgeschlossen gegenüber steht kann man eine schippe mehr reizen die anderen tun es auch und naja was am ende zu gewinnen ist das habt ihr ja hier auch schon auf dem kanal oft genug gesehen also gerne auch mal anfassen und und weiterempfehlen ja und mal gucken ich denke ich werde die woche einfach aus der freude noch ein paar rocket serien zeigen morgen übrigens will ich mir zusammen mit die die rocket final serien des großen jahres finals von thomas kinberg anschauen und für euch analysieren freue mich darauf wenn ihr wieder live dabei seit morgen ab 21 30 also haltet die steif und wie immer gut blatt